Hallo, ich bin Anja Zeigler, ich bin MyProtein Ambassador und ich zeige euch heute einige Übungen, die vor allem eure untere Bartmuskulatur trainieren. Ihr könnt diese, wie ich es euch heute zeige, ganz einfach zu Hause ausführen. Und dann kann ich euch mit diesen, wie ich das Besondere an doblieren, und dann können wir den Korpsen couseren, und dann können wir die Barscherei ein пришift. Ich bin Jürgens E-N-D-N-D-N-D-D-D-начiner. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.